Wer wär noch keine Plakate? Wer wär noch ein Plakat? Guten Tag und herzlich willkommen Berlin! Schwestern und Brüder, ich kann ehrlich gesagt gerade gar nicht so richtig erfassen, wie viele Menschen hier sind, aber wir sind wahnsinnig viele und wir werden uns diesen Nachmittag so traurig der anders auch sein machen. So gestalten, dass wir gemeinsam weinen, dass wir gemeinsam schreien und dass wir vor allen Dingen gemeinsam heilen können. Ich weiß, dass der Name der Veranstaltung heute für viele Irritationen gesorgt hat. Aber ich möchte euch heute nochmal sagen, dass das heute definitiv nicht der Tag sein wird, an dem wir die schwarzen Stimmen hier in Deutschland, hier in Berlin zum Schweigen bringen werden. Der Nachmittag heute soll ein friedlicher Nachmittag sein. Deshalb schaut euch um, guckt euch an, wer neben euch steht. Guckt euch an, wer links und rechts und vor euch steht. Guckt euch an, wer links und passt ein bisschen auf einander auf. Wir wollen, dass der Nachmittag friedlich bleibt. Hier sind auch Kinder, hier sind Familien und wir wollen, dass ihr hier nach alle sicher nach Hause kommt. Also achtet auf euch, passt ein bisschen auf euch auf und lasst euch vielleicht nicht irritieren. Wenn jemand neben euch wütend ist, dann hat er natürlich das Recht, wütend zu sein. Dann muss man ihm auch den Raum geben, zu schreien und seinen Ärger Luft zu machen. Aber bleibt friedlich. Das wird heute entscheidend sein. Denn ich freue mich darauf, dass ihr alle da seid. Ich freue mich darauf, dass ihr alle diese tollen Schilder gemacht habt. Und ich freue mich darauf, dass wir heute einen ganz, ganz schönen Nachmittag gemeinsam verbringen können. Ich freue mich darauf, dass ihr alle da seid.